Oh, oh, yes, yes! Oh, 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 Gott! Herzlich willkommen, Freunde und Freundinnen in der weiteren Folge Ready Wars. Mithsamen kommen wir gerade zu meiner reizenden Assistentin. Die Ruega! Ich würde nicht so weit an die Klippe gehen. Oh, okay. Wo ist das hier? Oh, hier ist mein Garten. Cool. Äh, also in der letzten Folge. Was haben wir überhaupt gemacht? Ist schon eine Weile her. Was haben wir denn überhaupt gemacht in der letzten Folge? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe gebaut. Ich habe definitiv gebaut. Also ich habe hier ein bisschen gecraftet. Es ist einiges passiert. Ja, ich habe ein bisschen Zeug gecraftet. Es sind auch neue Updates. Wie viele waren es? Boah. Drei? Drei, klar. Drei. 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 Also wir haben jetzt, es gibt jetzt neues Zeug hier quasi, also ein Goldschwert. Ich habe es aber wie gesagt schon auch schon dafür. Ne, hat man ja. Wir hätten ja dieses komische Obsidian-Schwert. Ne, das wurde doch beigeschalten. Nein, wurde es nicht. Achso, das muss man craften, okay. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Das wird, gibt es, gibt es, da steht irgendwas im Internet, dass es neue Viecher gibt. Das ist, das ist, das ist von dem Monster. Vielleicht in der Höhle. Das ist Rauch. Ja, das ist, genau. Das ist Schmuck. Oh Schmuck. Oh Scheiße. Also auf allerfälle gibt es jetzt neuen Stuff, den wir machen können. Der auch gemacht wird. Sonst wann, wenn wir die Teile dazu haben. Ähm. Craft-Technisch. Ähm, muss man mal gucken. Oh cool, Kristanne. Es geht wieder auf Wettbekloppt. Ich kann das Zeug rausnehmen. Warum geht das schon? Nö. Es war festgepackt. Echt? Ja. Es geht auf jeden Fall. Ich muss mal kurz gucken, was ich alles habe. Ich konnte. Oh nein. Ja, das ist wie gesagt schon, wie lange zwei Monate ist bestimmt her, oder? Länger. Reicht das? Länger. Länger, ja. Ich habe mein Haus mittlerweile aufzettet. Sorry. Ach, hier ist das Haus. Yankee House. Das hat sogar jetzt ein Bild. Das hatte vorher schon ein Bild, aber ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Weil das haben wir wieder rausgenommen. Die neuen Spieler kriegen das nicht mehr ins Inventar. Ich wollte ja gucken. Wir sind ja keine neuen Spieler, wir sind ja alte Hasen. Ich wollte ja gucken, ob man es... Oh. Was ist das mit dem Spielsinnung? Lass mir den Trampelsschaden. Ja. Ich glaube, das werden die auch nie beheben. Das wäre ja aus Schwachsinn. Ne, ich meine, wenn man die Schuhe springt. Achso, dieses Doppelhoch springen, hättest du? Was bist denn du, ob du die Jahn meint? Okay. Du bist Stone und du bist die Huss. Also mein Haus wäre auch gehalten. Die sind innen drin, wenn ich noch was mache. So, ich muss da nochmal rumgehen. Zack. Ne, ich muss da nochmal rumloven. Ich... Das brauche ich nicht. Ah, das ist mein Crafting Zeuge, Seus, warte mal. Ich weiß irgendwie immer noch nicht. Das brauche ich nicht dort. Was ist das jetzt? Ich weiß nicht. Das brauche ich nicht dort. Das scheint irgendwie immer noch nicht zu funktionieren, oder? Was? Das Haus? Ja. Kannst du denn sagen? Ich werde auf jeden Fall jetzt rumlaufen müssen, um Zeug zu sammeln. Ich habe aber hier Ärger. Wir brauchen ja Zeug für die Fackeln. Wir haben ja keine Fackeln mehr. Also ich zumindest. Also ich glaube, das funktioniert immer noch nicht. Dann habe ich ja... Oder habe ich unmaß Fackeln und ich weiß davon nichts. Ups, das war falsch. Brauche ich zum Beispiel nicht. Zumindest jetzt nicht. Oh, das ist Dreck. Ist das Dreck? Ne. Bald. Oh cool. So sieht das jetzt aus, wenn das... Wenn man gar nicht hinlässt. Ich verstehe es nicht. Wie machst du schon? Fördergefallen, Lanz. Hä? So, meine Freunde. Es geht los. Erkundungstor. Wie wird denn? Hast du so ein Licht da hingesetzt? Ich habe das... Was habe ich? Hat das gerade bei dir geleuchtet? Warte. Da war ja so ein großes Lichtding jetzt gerade. Ist ja irre. Ja. Ist ja anscheinend von mir. Kann man denn das jetzt wenigstens wegschmeißen? Nein. Nicht beides. Man kann es immer noch nicht wegschmeißen. Scheiße. Das sind doch nur das Blatt von der Kiste. Eins. So. Nein. So. Ich werde jetzt Zeug sammeln. Nein. Warte. Ne. Ich muss nicht hoch. Tür. Tür. Danke. Er hat ihn hier auf ihn nicht zugelassen. Oh. Das ist ein Klitzerteil. Das ist ein Klitzerteil. Schwert. 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 So Bitch. Komm her. Du Slut. Was? Hey. Was bist denn du? Mein Schaf. Achso. Flats? Was bin ich jetzt? Oh Gott. Egal, der guckt du ihn. Haube nicht. Ich gucke kein Weg. Ich muss ausraten. Fickt euch. die Schweine Oh ja, das war's Danke So, ich hab neues Dach Ich hab neues Dach gekriegt Geiler Typ Das will ich nicht Ich glaub, da musst du die einsteigen Wenn das weiter weg, musst du die einsteigen an das machen Das ist einfach nicht schön Ich kann doch jetzt nicht in Folge damit verschwenden, meine Kisten zu ordnen Okay, das ist so schön Das wär bloß ein bisschen langweilig für den Zuschauer, wa? Hehehehehe Scheiße, ich hab Käse Oh, 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 oh Ich hab könnte genug Facken bauen Ich hab Moistar Ich tu grade Oh, du bist ne Kiste Meiz, 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 komm, spring Spring zusammen, keine Karte, spring Meiz, 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 meiz Du scheiß Krabbel wirst mich nicht daran hinter, du bist ne Bitch Du bist ne Bitch Ach, das ist scheiße Ich hab nix glatt Ey, ich nix glatt Ohohoh Was? Ich hab ne Turnpage Warte mal, wir stellen es weiter schnell ins Auto Lassen Sie mir vielleicht neue Sachen fallen? Ich hab... Oh fuck, warte mal Ich muss jetzt mal die einstellen Ich muss mit der einstellen anders machen Ich muss mit der einstellen anders machen Ich muss mit der einstellen anders machen Und... und... Ich hab das jetzt ein bisschen umgestellt Ich hab das jetzt ein bisschen umgestellt Ich weiß schon, ob ich sie nicht Ich hatte mir noch nichts gebaut Weil ich noch nichts brauche Ich hab mir nix gebaut Turn the page can boost Sorry, jetzt hab ich den Zettel und kannst den nutzen Die Welt ist ungerecht Die Welt ist ungerecht Ich hab das jetzt ein bisschen größer So... Ich lass mal alles reinpacken Achja... Achso, das ist... Ähm, 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 ähm... Du hast ja schon... Soll ich mich erst mal ausrüsten? Dann können wir vielleicht ein bisschen auf die Suche gehen Ich schug gerade das Zeug für die Packung Warum bin ich da auf Stein? Verdammt des! Ich wollte kein Stein Ich wollte kein Stein Ich wollte kein Stein da Das hattest du noch nicht Na, warum hat er für Krabben gelungen? Ein Krabben? Ja, ich bin... ich bin rumgelaufen Wau mal... Komm weg... Ich musste übelst weit loben, dass ich für Krabben gefunden hab Dann baue ich mir erst mal noch ein Schwer So was brauche ich Ich will mich vergessen Krabben 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 Ich bin unterwegs, dann ist er schon im Anschlag, wo ist die Bitch? Ich sehe sie. Spring, kleine Bitch, spring! Du verklopst ihn gerade. Auf jeden Fall, und die Slot. Bist du vorhin nicht schon mal in? AHHHHH! Hä, was ist denn du? Dich zu denken? Ver-Fick-Dich! Danke. Soll falsch ausgesorgt sein, ver-piss-dich. Das war die Mischung zwischen Fick-Dich und Ver-Piss-Dich. Ver-Fick-Dich. Verdammt, jetzt ist mir wieder SFK. Ver-Fick-Dich. Kein Problem ist nur, wenn es liegt. Für mich. Nein! Da soll ich kein Fackle hin! Kommst du gleich wieder? Ja, von hier drin! Ich bin auf dem Prüben. Ich bin doch schon zu oft gestorben. Ich bin doch schon zu oft gestorben. Ich bin doch schon zu oft gestorben. Ich bin doch gerade schon ein ganzes Jahr dabei, alles zusammen zu bauen. Ja, du brauchst nur eine Ausrüstung. Wir müssen den E-Krappen erstmal suchen für dich. Ja, okay. Wir müssen eh übers weit laufen. Deswegen haben wir die Fackle nicht gefangen. Nee, ich hab ein E-Port erstmal gefahren, aber wenn es schwer ist. Ich werde jetzt mal so eine Ziege töten. Pass auf, die sind gefährlich. Deswegen ist da Wasser dran hier. Hey Bitch! Oh, hier ist Lied. Der Mann macht einfach nicht. Dann komm her, Bitch! Ich bin nicht Bitch. Nee, ich will... Hallo, ich will den Krass, ich will die Samen. Hallo, kleiner Sit-Vorschnitt. Hallo, kleiner Sit-Vorschnitt. Hallo, kleiner Sit-Vorschnitt. Okay, das geht immer noch. Die Dame jetzt. Ich hab nicht, dass die das fixen. Ich hab nur so was in meinem Zeug gefressen. So, jetzt kommen wir zu dir. Ich darf gerne was auf meinen Schilder schreiben. Nein, ich bin ja nicht so wie du. Ich hab aber noch nicht so fein Schilder im Schild. Ich bin trotzdem nicht so wie du. Was wollte ich mir... Aha, das wollte ich mir bauen. So. Boah, ich bin durchgelaufen. Die Tür wird jetzt geschehen. Bauen wir noch eins? Oh mein nächster... So, ich hab 98. Fackeln. Ja, warte ich mal. Hauptstein. Wurzelt. 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 Steinschwert. So, Steinschwert habe ich schon. Ich hab oben einen Haufen Hänger, aber... Okay, ich brauche so den Kopf. Wurzelt. Ich hab mal Wurzelt. Kohle fallen. Kohle. Du sollst die Türen bitte zummachen. Oh, du kleine Mülle. Ah, hier hinten in der Gesetzeswesen ist deine nicht fandenden Bücher. Okay. Misch Bescheid. Wurzelt. Wahrscheinlich fahren wir jetzt wieder. Ja, ich seh kein Bücher. Ich seh kein... Ich seh kein... Gehst du mal hoch, oben hab ich Bücher. Uuuuuh, wie toll. Eine Bücher habe ich. Eine Bücher habe ich gar nicht. Scheiße, was ist dann ganz hoch? Den bauen wir noch eins dazu. Ach, ich bin mal oben mein Zöcker weg schaffen. So. Kann schon den Mann gucken, Ophac. Wie geht denn das nicht? Ah, ne. Ich hab nicht so... Kann ich ja nicht mal eigentlich bauen. Warte aber schon. Du brauchst Blumen. Blumen haben wir nicht. Äh, doch. Ich wohne hier oben. Oh, doch. Ich kann den Blumen bauen. So, das war... Schnellblumen kann ich nicht bauen, aber 20 Fränke. Okay. Äh, 20 Fränke eigentlich. Schnellblumen. Okay. Ach du Scheiße. Ja. Was? Ja, die sind nicht so schwer. Ich hab schon gar nicht gesehen. Doch. Auf der anderen Welt haben wir die doch schon mal. Ne. So und Fackeln brauchen wir noch, ne? Hab ich. Ich hab hundert Stück. Also das kann Fackeln. Du brauchst keine mitnehmen. Du kannst auch Fackeln mitnehmen. Sonst bist du ja auf mich angewiesen, wenn du nicht wohin rennen willst. Wir müssen ja eh erstmal für dich dieses Zeug sammeln. So, ich hab 58 Fränke. Und ich hab 60 Fränke. Ich hab 20 Fränke. So, dunkles Rücken. Schnellblumen. Brauche ich nicht. Die Karte. Guck mal, wenn ich bin falsch. Die brauche ich nicht. Oh cool, man kann's mit 5 Aspekten bekommen. Was? Weißt du was? Kann man nicht verschlafen? So. So, bist du? Bei dir? Wo bin ich schon grade ausmüsten? Wo bin ich schon grade ausmüsten? Mhm. So. 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 Scheiße. Wollen wir dann erstmal einen Cut machen? Und dann losgehen? Ähm. Das dauert 20 Minuten. Ich glaub schon. Wir müssen jetzt weit laufen. Wir müssen jetzt weit laufen. Scheiße, wo ist denn der ganze Stück drin? Ich hab das mal sortiert. Ahhhh. Hier bist du also. Du kleiner Drecksack. auch mal das. Nein. Ähm. Ich will sie einfach hier mit rein. Den Scheiß. Den Brauterinnung. Du guckst gerade im Shop. In deiner Aufnahme. Ist doch egal. Du bist professionell. Hier kann man ein großer Lesbär werden. Saus. Und die Bonanza auffallen. Ach, sehe keine große Lesbär. So, zack. Ja, da kann man zeigen. Ablegen. So. Geht los? Ja. Gut. Gut. Hier ist der Punkt der Erde. Da müssen wir auch hin. Ja. Durch die Berge wahrscheinlich. Ich glaube die Richtung oder in die Richtung. Gute voll. Ja. Ich hoffe du hast den Inventar leer gemacht. Ja. Sowas von leer. Was ich dann brauche. Was ich dann brauche. Was schon unterwegs suche. Wenn ich ein neues Messer brauche. Das Bett kaputt ist. Ich habe hier noch zwei Holschwelle gebaut. Ich habe unten noch welche hin. Okay. Ich würde schon einfach sagen, das war Krediboss. Was für das erste. Nächste Mal geht es weiter. Äh. Knallharte Action. Durch. Wald. Tal. Wiesen. Monster. Berge. Ozeane. Höhen. Das Übliche halt. Ich möchte einfach sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Mit seinem Kamikaze mal reizenden. Warte. 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 Ich gucke in die Richtung. Warte. Warte. Jetzt mal. Ich bin göttlich. Warte. 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 Schönen Tag. Halt rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Warte. 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 Ich gucke in die Richtung. Warte. 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 Sie sind ganz schön. Und bis zum nächsten Mal.